Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Rimscom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, und wir spielen heute wieder GTA 5 Online. Und ich habe heute einen Special Gast dabei. OpenMind ist hier, der Drogen YouTuber spielt an meiner Seite. Willst du was sagen? Ja, hallo Freunde, hier ist OpenMind. Yo! Ja, OpenMind. Fast eine Viertelmillionen Klicks hast, äh, Viertelmillionen Abonnenten hast du auf YouTube. Wie bist du eigentlich auf YouTube gekommen? Kannst du uns das mal hier... Warte mal, mich verfolgt jemand. Kannst du uns das mal ein bisschen... Warte mal, OpenMind, da verfolgt mich jemand. Kannst du das mal erklären, wie du zu YouTube gekommen bist? Also, äh, erstens mal, ähm, yeah, ich liebe Dope. Dope ist wirklich toll. Dope ist verdammt heiß. Oh, ich liebe Dope, das gibt's gar nicht. Oh, Dope. Mmh, lecker. Ja, vielen Dank. Also, äh, jetzt sind wir auf jeden Fall mal schlauer, wie du auf YouTube gekommen bist. Aber, äh, äh, wie bist du jetzt auf YouTube gekommen? Ja, also, äh, das ist so passiert. Also, ich habe, ähm, 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 äh, ich war auf der Hanfmesse. Ja, auf der Hanfmesse war ich. Ja, Hanfmesse. Und, ähm, da, äh, äh, ähm, äh, aha, okay, äh, äh, und, äh, wie bist du jetzt auf YouTube gekommen? Äh, also, äh, äh, es ist folgendermaßen passiert, äh, ich, äh, hab den ganzen Kühlschrank meiner Mutter leer gegessen und, äh, äh, jo, äh, sie hat mir, äh, dann den YouTube-Kanal erstellt. Äh, was? mal was du da für eine scheiße was hast du genommen pilze pilze alles was du gerade sagst hat überhaupt keinen sinn du erzählst mir was immer mutter kühlschrank und ich will doch eigentlich nur wissen warum du deinen youtube kanal erstellt hast naja das war das interview mit open mind ich hoffe es hat euch gefallen aber jetzt geht es weiter mit meinem video da haben wir tatsächlichen piloten erwischt heilige scheiße den knallwitz aber ab hey bleibt jeden scheiß pilot hast du keine ehre oder was den hole ich mir den pilot youtube games komo sich den pilot den er biegt rechts ab er biegt rechts ab achtet genau auf das auto achtet genau auf das auto wir sollten nur auf das auto achten nicht auf nichts anderes der kill ist ja gerade daneben gegangen von den piloten und der pilot ist in diesem blauen fahrzeug nicht in diesem fahrzeug sondern das fahrzeug was vor uns ist und ich habe keine munition mehr aber ich werde diesen piloten noch kriegen ich krieg dir noch jetzt geht der verfolgungsjagd los was noch nicht gegeben in der drogenwelt hier so achtung also das machen wir auch packen hier sinaloa kartell was das der pilot ist verschwunden jetzt ist eine frau drin krass wird er sich so schnell umgezogen das ist echt ja das ist echt ab weil da werden jetzt wieder abgeknallt und hast du keine ehre du schnucki ein weg schnick was mich schnick was passiert dass man accountiger man normal so eine scheiße scheiß gta wo bin ich jetzt wieder gespawnt hier so ok hier ich bin unbesiegbar lsd so ok als letztes mache ich diesen kill als zeichen dass ich es ernst meine sagt nein zum drogenkonsum zack zack sieht das selber aus wie ein christmas offer also leute hau drei bis zum nächsten mal auf der westen 4